Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Nibel an der Westküste Schleswig-Holsteins. In der Mühlenstraße stehen insgesamt 16 Gewober-Mehrfamilienhäuser. Hier sollen in den kommenden Wochen 32 Wohnungen modernisiert werden. Die Häuser Baujahr 1962 werden dazu der Reihe nach auf den neuesten Stand gebracht, um die Mühlenstraße wieder zu einem attraktiven Wohnort zu machen. In einer konzentrierten Baumaßnahme sollen die vier Wohnblocks von innen nach außen, vom Dach bis zum Keller grundauf saniert werden. Und das in Rekordzeit. Nicht länger als drei Wochen sollen die Maßnahmen in jeder der Wohnungen dauern. Im Haus Nummer 49 wohnt Familie Hillermann. Morgen sollen auch in ihrer Wohnung die Bauarbeiten beginnen. Grund genug für Chris Hillermann, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Er macht Platz für die Handwerker, die für die nächsten 17 Arbeitstage ein- und ausgehen. Für diese Umbauzeit wird Familie Hillermann in eine Übergangswohnung ziehen. Ihre Möbel können aber in der Wohnung bleiben. Schließlich ist die Baumaßnahme eine Sanierung im sogenannten bewohnten Zustand. Im ersten Moment dachte ich, oh mein Gott, muss das sein? Aber dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, dass es ja sehr gut ist, weil die Häuser auch schon sehr alt sind, ich glaube aus den 50er Jahren, und die auch dringend eine Sanierung nötig haben. Insbesondere in Bad und Küche weht noch der Wind vergangener Zeiten. Und hier soll sich die Renovierung am deutlichsten bemerkbar machen. Das Badezimmer wird komplett umgebaut. So soll der kleine Raum optimal genutzt werden. Ein neues Waschbecken kommt hier rein, neue Toilette halt, helle Fliesen. Und der alte Boiler hier, der kommt weg, weil wir eine Zentralleistung bekommen. Und dann haben wir auch viel mehr Platz hier drin. Man kann sich hier nicht mehr den Kopf dran stoßen. Da freue ich mich sehr drauf, ja. Seine alte Einbauküche hat Chris Hillermann schon abgebaut und seiner Schwiegermutter vermacht. Auf ihre eigene Küche muss die Familie jetzt drei Wochen verzichten. Es wird ungewohnt. Ich denke, vielleicht auch ein bisschen hart die ersten zwei, drei Tage. Aber ich denke mal, wenn das erstmal der größte Lärm hier vorbei ist, die die meisten Kram raus haben, wird das schnell von der Hand gehen. Und man muss denen halt blind vertrauen sozusagen. Da muss man ein bisschen über seinen Schatten springen, aber ich hoffe, dass alles heile bleibt. Morgen früh wird sich zeigen, ob diesem Wunsch auch entsprochen werden kann. Schließlich sind die ersten Handwerker die Männer vom Abbruch unternehmen. Ein Wecker ist heute nicht nötig. Die Jungs vom Abriss toben sich im Badezimmer aus. Ihr erstes Opfer, die Badewanne. Ein paar gezielte Schläge, den Hebel an der richtigen Stelle angesetzt und in wenigen Minuten ist im Badezimmer nun schon mal mehr Platz. Und in der Küche sind die gemauerten Einbauschränke dran. Alte Fliesen, Fußböden und Mauerwerk. Wie am Fließband landet nach und nach das Gröbste auf dem Schutthaufen. Also wir müssen heute quasi mit den vier Wohnungen fertig werden. Es ist immer Montag, alles ein bisschen stressig und ab Dienstag ist dann schon mal alles ein bisschen ruhiger. Wenn das grobe alles raus ist. Die Männer fackeln nicht lang. Und Chris Hillermann steht in seiner Küche und kann mit ansehen, wie seine Wohnung minütlich zu einer echten Großbaustelle wird. Die sind ja seit anderthalb Stunden hier drin und da haben die schon das Klo weggerissen, die Wanne alles knallert, die Fliesen von der Wand, Boden alles weg. Das ging nicht schnell, das ging echt schnell. Doch nicht alles geht zu Bruch. Und das, was aus den Wohnungen noch heil herauskommt, wie etwa Küchengeräte und Sanitäres, wird zunächst an der Straße zwischengelagert, bevor es entsorgt wird. Und so kann hier in der Nachbarschaft so manches Schnäppchen gemacht werden. Wer vorher bei der Gewober nachfragt, kann mitnehmen, was er braucht. In meiner Wohnung ist der Elektroherd kaputt. Dann bin ich da hingegangen, habe mir die Genehmigung geholt. Und jetzt habe ich den, jetzt lasse ich den Elektriker kommen und lasse mir den anschließen. Und dann bis nächstes Jahr, dann machen sie ja unsere Wohnung auch. Dann denke ich ja, und dann kommt er ja auch wieder raus. Gut. Schönen Tag. Und so wird dieser Herd noch ein weiteres Jahr seinen Dienst tun können. Der Anwohner nimmt ihn dankend an. Vielleicht auch eine kleine Entschädigung. Für den nicht zu vermeidenden Baulärm. Ein paar Stockwerke höher wird ebenfalls kräftig abgeräumt. Die Dachdecker entsorgen die alten Dachpfannen. Schon bald sollen hier neue Ziegel aufgebracht werden und eine Photovoltaikanlage. An der Wohnung der Familie Hillermann wird zur Gartenseite hin die Hauswand geöffnet. Hier soll später der Durchgang zur neuen Terrasse entstehen. Und auch die alten Fenster müssen weichen. Sie waren nicht mehr auf dem Stand der Technik. Die Kälte soll in Zukunft lieber draußen bleiben und somit die Heizkosten minimieren. Am nächsten Tag sind die Bauarbeiten wieder im vollen Gange und nach und nach entwickeln sich die Wohnblocks in der Mühlenstraße zu echten Hinguckern. Alle Gewerke greifen ineinander. Ein genauer Zeitplan ist einzuhalten. Und damit das so bleibt, treffen sich einmal die Woche die Verantwortlichen zur Baubesprechung im Container nebenan. Von hier aus werden die Maßnahmen koordiniert, die Arbeiten kontrolliert, Fragen und Anregungen der Mieter entgegengenommen. Denn den Mieter von dem Bauprojekt zu überzeugen und jeden individuell zu berücksichtigen, war ein großer Bestandteil der Planung. Wir mussten im Vorfeld erstmal die Mieter, hauptsächlich erstmal die Mieter mit ins Boot nehmen. Wir haben also eine Mieterversammlung gestartet. Es war ein ganzer Abend, Veranstaltung, wo wir aufgeklärt haben, was wir überhaupt vorhaben, was wir gedenken hier umzubauen und wann und wie das passieren soll. Das ist das Wichtigste hier so einer Baustelle. Und im Weiteren haben wir uns natürlich einen Unternehmer im Vorfeld schon gesucht, der in der Lage ist, diese Leistung hier vernünftig zu erbringen. Um das zu gewährleisten, arbeitet der Generalunternehmer überwiegend mit Handwerksfirmen aus der Region zusammen. Alle spezialisiert auf diese Art der Sanierung und Modernisierung. In den Küchen beginnen die Aufbauarbeiten mit dem Sanitärinstallateur. Die ersten beiden Mietshäuser sind schon so gut wie fertig. Sie waren als erstes von der Sanierung betroffen. Hier hat auch Familie Hillermann ihre Übergangswohnung bezogen. Chris Hillermann kann sich schon mal mit der neuen Küche anfreunden, denn so ähnlich wird es in wenigen Tagen auch bei ihm aussehen. Die Qualität überzeugt, das Mittagessen gelingt. Also man sieht auch, das ist ein Markenherd von Siemens. Ja, ich denke schon, das wird schon was gekostet haben. Wird schon nicht schlecht sein. Zusammen mit Sohn Jason und Katze Mausi ist das Ehepaar Hillermann vor ein paar Tagen hier eingezogen und hat sich weitestgehend häuslich eingerichtet. Das war überhaupt gar kein Problem. Die Gewoba ist uns da total zuvor gekommen. Wir haben die Wohnung hier angeboten gekriegt. Haben uns dann ein paar Sachen geschnappt, die man halt braucht täglich. Was zum Schlafen, Bett, Matratzen und sowas. Der Kleine hat sein eigenes Zimmer, wo er dann auch spielen kann. Man muss aufpassen, dass man sich nicht an die Gewohnung gewöhnt nachher. Gut eine Woche später sind die Bauarbeiten weiter vorangeschritten. Jeden Tag werden Arbeiten abgeschlossen und neue beginnen. Von dem roten Backstein des Hauses Nummer 49 ist immer weniger zu sehen. Ein neues Wärmedämmverbundsystem soll die Häuser besser isolieren und weitere Kosten sparen. Anschließend wird die Fassade verputzt. Außerdem werden zu allen Wohnungen neue Strom-, Wasser- sowie Abwasserleitungen gelegt. Der Dachboden wird gedämmt und das Dach gedeckt. Also das Dach hatte ja nun auch schon gut 40 Jahre auf dem Buckel. Deswegen war hier eine Erneuerung grundsätzlich auch vonnöten. Wir haben also die Dachabdichtung neu hergestellt. Diese alte Betonsteinpfanne haben wir entfernt. Das ist ein neuer Betonstein draufgekommen mit einer Unterspannbahn. Das heißt, das Dach ist also jetzt auch winddicht. Und on top haben wir noch die Photovoltaikanlage montiert. Wir speisen den Strom, den wir hier entzeugen, komplett ins öffentliche Netz ein. Neues gibt es auch für die Wohnungen der Hillermanns. Die Duschwanne wird montiert sowie gut 150 Meter neues Stromkabel verlebt. Seit nun sechs Tagen wird in der Wohnung gebaut. Grund genug für Melanie Hillermann, zusammen mit ihrer Schwiegermutter die Baustelle zu besichtigen. Hauptaugenmerk dabei ist natürlich die Küche. Noch deutet nicht viel darauf hin, dass sich hier in zwei Wochen der Mittelpunkt des Familienslebens abspielen soll. Nicht jeder hat so viel Fantasie. Ich habe kein Verständnis verloren. Weil die genauso schön wird wie drüben, ja. Mit denen, ja. Der Zustand ihrer Wohnungen hinterlässt heute zumindest gemischte Gefühle. Und die Ungewissheit darüber, ob denn auch alles im Plan ist. Und ich hoffe nur, dass die rechtzeitig fertig werden. Das andere ist mir jetzt ja alles egal. Ich hoffe aber, dass wir so wie das gesagt haben. Oh, die machen jetzt schon ordentlich was. Für das ja auch. Die rennen alle rum. Das ist einfach. Neue, dreifach verglaste Fenster mit Frischlufteinlässen sorgen für ein angenehmes Klima in den Wohnungen und im Portemonnaie des Mieters. Hier kann viel an Heizkosten gespart werden. Wir müssen sich einfach mal vorstellen, diese alten Kunststofffenster im Vergleich zu den heutigen. Da ist ungefähr der Unterschied bei einer dreimal besseren Dämmung anzusetzen. Also wir haben die Fenster jeder Wohnung erneuert. Und wir haben auch die Fenster zum Treppenhaus bzw. ihr Hauseingangstür erneuert mit wärmegedämmten Isolierverglasungen. Sodass wir da auf jeden Fall vernünftige neue Fenster haben. So sah der Eingangsbereich der Mietshäuser vor der Sanierung aus. Und so sieht die Haustür und das Treppenhaus mit den neuen Fenstern nach der Modernisierung aus. Zudem bekommt jede Wohnung am Ende der Sanierung einen neuen Energieausweis. Die dritte Woche beginnt. Die letzte Bauphase ist angelaufen. Projektleiter Markus Kempe ist mit Chris Hillermann auf Visite in der Wohnung und berichtet über den Stand der Dinge. Der Durchbruch zur Terrasse, die neuen Heizkörper, das Lüftungssystem. Alles wird dem Mieter genau erklärt. Und neben dem Status Quo natürlich auch die alles entscheidende Frage. Wie steht es um den Zeitplan? Ja, wir sind gut im Bauzeitenplan. Die Arbeiten gehen gut voran. Die schwierigen Gewerke sind mittlerweile fertig. Das heißt, wir haben die ganze Technik eingebaut, wir haben die Fenster eingebaut, wir haben die groben Arbeiten erledigt. Was jetzt noch fehlt, sind die Feinschliffarbeiten. Das heißt, eventuell neue Teppichböden volllegen, Fußleisten ergänzen, Löcher zumachen in den Wänden, wie hier zum Beispiel. Und ganz zum Schluss kommt dann noch die Einbauküche. Dafür hat der Küchenbauer zwei Tage Zeit, die komplette Küche zu montieren. Und dann sind wir planmäßig in der Wohnung gut davor. Ich freue mich auf jeden Fall. Die Woche werde ich auch noch durchstehen. Ist ja alles halb so wild. Während an der Südseite im Garten die Fundamente für die Balkonanlagen betoniert werden, bekennen die Maler an den anderen Fassaden langsam Farbe. Im ersten Wohnblock, der schon in der letzten Woche fertiggestellt wurde, haben sich zwei langjährige Mieter schon wieder häuslich eingerichtet. Während der gröbsten Bauphasen haben sie in einer Ferienwohnung und bei der Tochter übernachtet. Das war nicht immer ganz einfach. Nun aber, seit einer Woche sind die Handwerker raus. Und geblieben ist auch eine nagelneue Küche. Aufregend ist das, denn alles hat einen neuen Platz gefunden. Die Küche ist schön, aber ich bin noch nicht ganz zu Hause, weil das alles neu ist. Wie lange haben wir hier nur gewohnt? Wie viele Jahre? Aber jetzt ist alles neu. Aber zu Hause bin ich noch nicht, weil ich, sonst wusste man immer, wo das alles war. Messer und Gabel und Tassen und alles. Und das muss man jetzt erstmal alles lernen. Doch zum Lernen ist man doch nie zu alt, verrät sie mit einem Lächeln. Langsam bekommt alles seine Ordnung. Und dann zeigt sie uns den Rest der Wohnung, nicht ganz ohne Stolz. Und hier ist unser schöner Flur. Und hier ist ja die Toilette. Und hier in der Toilette ist ja auch alles hier mit Heizung. Alles hier schön. Für sie hat sich der Aufwand der letzten Wochen gelohnt. Das war nicht so schlimm. Nee, 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 nee. Da sind wir nicht käuf. Gar nicht. Da haben wir Verständnis für gehabt. Nee, also gar nicht. Die sind nett und ordentlich zu uns gewesen. Und das ging alles. Und die haben den Schlüssel gekriegt und die konnten hier machen, was sie wollten. Alma Petersen wünscht sich hier noch lange zu wohnen, um viel Freude mit der neuen Wohnung zu haben, sagt sie zum Abschied. Nach und nach verschwinden auch die Gerüste vor den Häusern. In den Wohnungen ist derweil viel passiert. Neue Tapeten, neue Farbe, neue Einbauten und auch die Küchen sind montiert. Die Mieter konnten im Vorfeld zwischen zwei verschiedenen Farbmodellen wählen. Jede Küche ist maßgefertigt und von hoher Qualität. Schließlich sollen diese ja auch eine Weile halten. Türen und Leisten werden neu lackiert. Und auch das Treppenhaus bekommt einen frischen Anstrich. Ob alles passt und ob alles sauber verarbeitet ist, zeigt vor der Wohnungsübergabe die Abnahme durch den Projektleiter. Markus Kempe schaut ganz genau hin. Jede Macke, jeder vergessene Pinselstrich wird notiert und ausgebessert. Bis auf Kleinigkeiten sind die Wohnungen wie immer in gutem Zustand. Ist natürlich so, wenn der Küchenbauer hier nochmal eine Platte einbaut oder so, hat er gerade heute getan, dann muss hier der Maler nochmal vorbei. Da einen haut nochmal gegen die Türzarge, dann ist da noch eine Beute drin. Aber ansonsten ist das hier soweit okay. In die Sanierung einer Wohnung wurden rund 70.000 Euro gesteckt. Deshalb wird jede einzelne abgenommen, jedes Bauteil auf ihre Funktion überprüft. Wenn Sie jetzt hier irgendwelche Mängel übersehen bei der Abnahme, dann kommen natürlich die Mieter zurecht und sagen, Hier, da ist noch was in Ordnung und hier fehlt noch Klingelstrich. Das fällt Ihnen nachher wieder auf die Füße. Erstens das und zweitens muss es natürlich eine vernünftige Leistung sein, die wir ja natürlich abnehmen und auch zahlen. Deswegen gucken wir auch schon ganz genau hin. Die Mietshäuser in der Mühlenstraße sind jetzt fast fertig. An der Südseite werden noch die Balkone montiert. Die Solarzellen liefern Strom und die Zentralheizung leistet volle Arbeit. Auf dem Dachboden wurden neue Stauräume geschaffen und mehr Platz für alle Mieter. Staub, Lärm und Stromausfälle, bis alle Häuserblocks in der Mühlenstraße fertig saniert sind, können bis zu fünf Monate vergehen. Und das verlangt von jedem Mieter natürlich auch etwas Geduld und Ausdauern. Jede Wohnung ist aber spätestens nach vier Wochen bezugsfertig. In der Zwischenzeit ist auch Familie Hillermann zurück in ihre neue, alte Wohnung gezogen. Sie haben die Gelegenheit genutzt, neue Möbel gekauft und einiges umgestellt. Alle in der Familie haben die letzten Wochen gut weggesteckt. Dennoch war es eine besondere Erfahrung. Ich war ja mindestens einmal die Woche hier gucken, eigentlich so alle zwei, drei Tage. Und die erste Woche dachte ich, oh mein Gott, die nehmen ja alles auseinander, die reißen ja alles ab. Aber dann hat man Stück für Stück gesehen, wie sich das aufgebaut hat. Konnte man sehen, was das werden sollte. Und die letzte Woche hat sich dann noch so ein bisschen hingezogen. Da konnte man nicht viel sehen, obwohl die was gemacht haben. Das waren halt so Kleinigkeiten, denke ich mal. Und dann von einem Tag auf den anderen war es dann auch schon so gut wie fertig hier. Genau 17 Arbeitstage waren die Handwerker in jeder Wohnung. Vom Abriss bis zum letzten Pinselstrich hat sich viel getan. Die Küche bei Familie Hillermann, vorher ein Relikt aus alten Tagen. Ist nun ein Raum für gemütliche Stunden und ein Ort für viele Kochrezepte geworden. Hochwertige Einbauteile und edle Oberflächen ermöglichen ein Zubereiten in geräumiger Atmosphäre. Die Küche, die ist schön geworden. Schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Wo wir sie eingeräumt haben, haben wir eigentlich eine Menge Spaß gehabt. Man hat entdeckt die großen Schubladen, wo man Töpfe wunderbar reinstellen kann und der neue Herd. Das war spitze. Also wir haben uns schon sehr gefreut über die Küche. Und auch das alte Badezimmer hat sich gewandelt. Jetzt ein Ort, geräumig, hell und pflegeleicht. Und auch hier wurden Markenprodukte verbaut. Das Badezimmer war auch absolut genial. Man konnte gleich duschen, das warme Wasser kam sofort. Nicht erst über diesen Boiler, dass ich das aufwärmen musste. Und die eigenen Wasserzähler, dass man auch ein bisschen auf den Verbrauch achten kann, finde ich auch ganz wichtig. Und das wandhängende WC finde ich auch super. Da kann man einfach runterwischen. Keine Stellen mehr, wo sich Dreck sammelt. Ich sag mal, im Gegensatz zu dem vorherigen Stand dieser Wohnung, ist es der neue Stand der Dinge viel, viel schöner. Der ganze Häuserblock, die ganze Straße, wie sah das vorher aus, nicht so schön. Und jetzt sieht es aus wie Neubauen. Die Wohnungen sehen aus wie Neubauen. Also es ist optimal. Ich kann mir vorstellen, hier ewig zu wohnen. Mit meiner Familie. Für die Hillermanns hat sich die Anstrengung der Sanierung schon jetzt gelohnt. In ihrer Wohnung ist alles fertig. Rund ums Haus wird allerdings noch bis zum Frühling weitergebaut. Pünktlich mit der ersten Frühlingssonne erstrahlt auch die Südseite der Häuser im neuen Glanz. Und die ersten Bewohner haben sich ihren neuen Wohnraum auch schon sommerlich eingerichtet. Durch die neuen Terrassen kann jetzt der frisch angelegte Garten großräumig und vielfältig genutzt werden. Und auch die Hillermanns haben jede Menge Verwendung für den neuen Lebensraum. Zumindest weiß so ein Jason ganz genau, was er mit der neuen Terrasse alles anfangen kann. Doch für alle Mieter der 32 Wohnungen bedeuten die Umbauten eine neue Lebensqualität. Ihre acht Häuser sind jetzt für viele Jahre der Ort für ein besseres Wohnen. Und damit es in der Mühlenstraße in Niebüll überall gleich schön aussieht, wird auch schon an den restlichen acht Nachbarhäusern mit der Modernisierung weitergemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017